Hallo, grüßeng, ich bin's wieder die Marie Therese. Ich bin bei den Liftgesellschaften Obergurgel-Hochgurgel im Marketing tätig und ich möchte heute gerne zeigen, was man in Obergurgel-Hochgurgel so unternehmen kann, wenn einmal das Wetter nicht so toll ist. Wir haben da zwei super Möglichkeiten, einerseits im Top Mountain Crosspoint das Motorradmuseum und andererseits auf der Hohen Mutalm den Naturpark Infopoint. Im Zuge dessen fahren wir jetzt heute auf die Hohen Mutalm rauf. Auf der Hohen Mutalm wurde heuer der Naturpark Infopoint installiert und das ist eigentlich ein super Einkehrschwung mit Bildung. Wir sind jetzt hierinnen im Naturparkraum. Bei mir ist jetzt der Thomas Schmarda. Thomas, bitte erzähl uns ein bisschen was über den Naturparkraum. Ja Marie Therese, in dem echt super lässig gelungenen Naturpark Ausstellungsraum haben wir einfach diese drei ganz großen Themen, die da hier oben auf der Hohen Mut perfekt zu vermitteln sind. Wir haben einmal etwas über die Gletscher, wir haben über das Klima, über den Klimawandel können wir etwas erzählen und wir vermitteln auch etwas in multimedialer Art und Weise, einfach auch über die große Anzahl von Forschungen und verschiedenste Forschungsarbeiten, die hier oben da und auch im Rotmustal und im Geißparktal schon über die ganze Zeit, seit über 50 Jahren gemacht worden sind. Thomas, da im Naturparkraum, da gibt es eine Besonderheit, ein Highlight, ein besonderes Exponat. Was kannst du uns da dazu sagen? Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Exponaten, die wir von den Wissenschaftlern bekommen haben, aber eins, was wirklich echt cool ist und was wirklich eine Besonderheit ist, ist einfach dieses Steinbock, dieses Steinbockknochen, den man da gefunden hat, am Rotmoosjoch auf über 3,5, auf 3,2 circa vor fünf Jahren und das ist über 3,5.000 Jahre alt. Wie hat man denn das gefunden? Ja, eigentlich zufällig. Da ist ein Südtiroler Tierarzt, der ist da einfach unterwegs gewesen auf dem Joch und hat das eben zufällig eben gesehen und nicht nur das Horn oder halt diesen Knochen, sondern auch verschiedene andere Reste. Aber eben, das hat er uns übermittelt sozusagen, dieses Horn bzw. diesen Knochen und das können wir jetzt da idealerweise ausstellen. Zum Naturpark Kreuztal gibt es einfach auch im Winter ein superlässiges Angebot. Wir haben recht vielfältige Schneeschuhwanderungen, wo wir mit den Schneeschuh unterwegs sind, aber nicht nur eben gehen, sondern einfach auch ein bisschen was über die Natur erklären, über die Spuren, die man praktisch im Schnee sieht, wie die Pflanzen, wie die Tiere sich im Winter verhalten. Also ein nettes, schönes Programm. Insgesamt sind es fünf so Wanderungen eigentlich über das ganze Tal, so Schneeschuhwanderungen, die wir anbieten. Und wo wir natürlich jeden herzlich einladen, da mal mit dabei zu sein für so eine Wanderung. Und ihr habt auch noch mehrere Ausstellungspunkte im Ötztal, oder? Ja, genau. Also dieser Punkt da auf der Hohen Mut ist ja nicht nur der erste, sondern es gibt ja fünf andere mittlerweile, die eigentlich am Beginn des Schutzgebietes sind. Es gibt in Ambach vorne draußen, in Niedertal, in Greers und in Fendt schon eine Ausstellung. Und jetzt da oben auf der Mut ist praktisch jetzt der fünfte Punkt in der Peripherie entstanden. Und zentral, in der Mitte des Tales, wollen wir eben heuer dieses Naturparkhaus, unser Naturparkhaus beginnen mit dem Bau. Und da hoffen wir, dass wir mit Ende des Jahres vielleicht sogar, ja auch mit Ende des Jahres da schon einziehen können. Super. Wenn es für dich passt, würde ich mich gerne ein bisschen von dir durch die Ausstellung führen lassen. Ja, gern. Bitte. Komm, komm mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir wieder herunten im Tal, haben uns den Naturpark Infobond auf der Hohen Mut angeschaut. Das war sehr interessant für mich, war sozusagen ein Einkehrschwung mit Bildung. Und beim nächsten Mal werden wir uns das nächste Museum anschauen. Da fahren wir zum Top Mountain Crosspoint drauf und schauen uns dort das Top Mountain Motorcycle Museum an, wo zurzeit eine sehr interessante Sonderausstellung mit historischen Pistengeräten stattfindet. Bis zum nächsten Mal.